Ja, schauen wir mal was wird. Die Damage-Gruel ist gar nichts gemacht. Wird hier aufgegessen von der Orisa? Kann das sein? Also weiß ich, wird es halt nicht, ne? Aber... What the fuck? Also, ja, gutes Play. How to life, Weaver. What the fuck? Was ich halt gar nicht auf dem Schirm, dass da oben Bastion rumpüppelt. Was soll das denn? Kriegen meine Meisters? Ich kann es gar nicht einschätzen. Bastion halt auch immer übel gegen zu spielen, macht wenig Spaß, muss man auch einfach ehrlich sagen. Angie geht es auch nicht gut gerade. Ja, schauen wir mal. Oh, Freunde, ihr seid low. Ja, komm, 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 Weaver. Wundervoll, der ist gut. Ich hoffe, es ist mir egal. Ich stelle meine Mace halt. Hier ist es schneller wieder her als der Weaver. Gut. Gut. Ey, was will er denn jetzt? Ey, Live-Weaver weiß ich nicht. Ich habe schon schmalere Sachen gesehen. Schmal. Du bist jetzt nicht so gut unterwegs, im Sinne von, du solltest keine Mörder-One-Weavons anfangen. Scalop. So, ich schmeiß den Ball mal kurz ne Haltkugel raus. Dann kann er ein bisschen besser als Nachbarn rufen. Ja, auch tot. Wundervoll. Ey, die Runde läuft bis dato gut. Wir brauchen nur ne Paleo Princess. Die haben wir auch mit unserer Kirikou, I guess. Oh, kann das sein, dass das die Mercy-Front vorhin war? Weil er spielt jetzt auch Mercy. Auf der, wo ich das erste Mal auf der neuen Karte gespielt habe. Oh, aber die Gelegenheit nutzt sich. Okay, das war ne Scheiß-Gelegenheit. Wieso hat er das out-healen können? Ich frag für nen Freund. Ah, er hat dann Mercy-Front gehalten. Haben die drei so ein Problem? Warum haben die drei so ein Problem? Warum haben die drei so ein Problem? Warum haben die drei so ein Problem? Was? Haben die dafür, weil das jetzt jetzt aber? Okay, vielleicht auch nicht. Meine Verwirrung ist verwirrt. Okay, ich sollte auch actually mal anfangen zu heilen, glaube ich. Bin voll reingelaufen, easy. War geplant. Ich bin einfach einfach Damage-Morror-Himself hier nur. Ich hab actually fast mehr geheilt als die Kirikou. Aber sie ist doch fehl auf uns. Sie darf wenig Heilung haben. Mercy, Mercy, Mercy. Freunde. Ey, 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 ey. Mercy-Ref. Meine Fre... Es ist so schwierig, mal auf den Mercy zu schließen, während sie am Reppen ist. Junge, die kann sich nicht mehr wehren in der Zeit. Jungen-Brick, was soll das jetzt? Prima, weg von mir. Niemand mag dich. Du bist ja ein Ausgebot der Hölle von deinem Schild. Das gehört halt mit zu den Charaktern, die du als Moira tatsächlich echt schlecht verwirren kannst. Je nachdem, ob du halt auch nur eine Close-Range hast, weil du halt, solange du kein Damage-Ball werfen kannst, echt schlecht durch das Schild durchkommst. Machen wir den nicht. Hat er mich jetzt gesucht? Oh. Ein Solo-Shatter für den Moira-Ult? Muss nicht. Kann man sich auch sparen. Ja, dreieinhalb Minuten für den letzten Punkt ist ganz gut. Ähm. Ja, okay, dann geh halt runter. Auch fein. Dein Geist. So, kriegst du das? Okay, kriegt er. Auch dabei Hilfe vom Soldier. Schön. Huh. War nicht geplant, war nicht geplant. Wo ist er denn? Er ist hergekommen. Nein Gott. Hilfe. Ich muss den kleinen Job bekommen. Schade, Genji. Ja, schön mit dir. Okay, Katrina ist wieder am Start. Dein Geist. Einfach dieses Wetter breweries in den Chat gewesen plötzlich. Nee, da muss ich auch gar nicht fix los. Ho! Juba. Keine Höhne. Keine Höhne. Keine Höhne. Oh, wir sollten ihn Redochen. Redochen will aber nicht sterben. Schade. Wir haben was. Wir hängen an ihrem Leben ein wenig. Aber die Masse. Nice. Komm der Reinhardt. Wie viele Shatter hat der Junge eigentlich? Ne, ich frag ihn jetzt nicht. Aber lol. Der hat doch gerade eh mehr Shattert. Ich heile halt gar nicht. Meine Stats leiden in Open Cue so. In Rank, also in Roll Cue bin ich so hart fokussed auf Heidung immer. Und hier, also in Open Cue bin ich so eine verfügte Damage, Laura. Ist das echt übel. Na, auch schön. Der Reinhardt Schadji mal rein, dann wird er wieder rausgezogen. Soriana? Äh, Genji? Ja, dann ist das gleiche. Wir verlieren ja doch echt viel Zeit, leider. Au, schöner Clans. So, ich muss noch ein bisschen mehr die Supports targeten. Weil Reinhardt Targeten bringt mir halt legit nichts. Der spielt halt nicht sonst. Oh, Junge, die ganzen Syllenturals, mein Gott. Ne, ich hol da was los. Ja, uns läuft die Zeit davon, Mann. Das klugen die sich auch schon wieder. Der Bonn ist wieder. Oh, der Lifehieber. Junge, dieser Cleanse. Was ein göttlicher Cleanse von der Kiriko. Junge, war der schön. Aua. Wenn der Junge rein hat, also channel dich. Dann stehe ich bitte auf. So, dann die Defense-Runde jetzt. Ich bin... Oh, die haben TP irgendwo hingesetzt. Ja, obendrauf. Nicht so nice. Au, Soldier, du solltest da rauskommen. Wir können es halt zu zweit und 300 out healen. Aber nicht unendlich. Ja, hier habe ich meine Damage-Gugel reingeschmissen. Wenn ich Glück habe, steht sie dran. Wird sie aber wahrscheinlich nicht tun. Schade. Komm, 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 rein, 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 rein. Nice. Jetzt... Was ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Ehrenwert. Was ist jetzt doof. Ich gehe mal kurz da rauf und gucke mal, wie die Lage hier oben so ist. Beim Ball geht es halt auch absolut nicht gut die ganze Zeit. Oh, ich war schon wieder plötzlich in der Frontline. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, junge Genji. Aber er lebt easy. Let's go. Wie schnell hat sich der den Bock bekommen? Ich habe nicht immer meine Ult. Ja, ich habe meinen Ult auch schon mal preventiv verwendet jetzt. Ey, die Runde ist schon sehr intense. Auf jeden Fall. Nein, nein. Ah, fuck, 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 fuck. Ja, ich werde sterben. Ich stelle nicht mehr. Oh, Risa auf jeden Fall. Ich stand still, wenn sie schmeißt ihren Speer neben mich. Stronger auf jeden Fall. Nein, Gott. Ah, schade. Oh, Bro. Nice, Bro. Bei ihm läuft. Still up. Ja, dann untergege ich das eins gegen eins. Wenn ich noch weil irgendwann das zweite meint. Egal. Ähm, ja. Ich dachte, wir haben ihn verloren. Haben wir doch nicht. Oder wir das hier planieren würden. Mein Damage-Up habe ich extrem beschissen gerade um die Ecke geschmissen. Das war absolut nicht geplant. Ähm. Oh, egal. Oh, egal. Er hat mich unnötet. Sie hat niemanden getötet. Oh, Junge. Natürlich, durch zehn Menschen erst mal wieder mich hooken. Warum auch nicht? Ich glaube, es ist nicht genug andere Leute, die heute suchen können. Dafür stirbst du jetzt. An meinem Genji. Ne, gar nicht. An meinem Soldier. Schön. Ich bin knapp dran an einem Damage-Morror. Aber noch nicht. Weil ich habe mehr Heilungs. Es ist, weißt du, solange du einen, also das was, was du mehr hast, definiert dich. Ich bin eine Damage-Morror. Okay, bin ich nicht. Ich dachte. Oh, nein. Hock, Hock, Hock. Mag ich nicht. Geh weg. Bruder. Okay. Da pisse ich doch. Was ist jetzt mal ernsthaft? Ey. Wieso? Ich hasse diesen Huren. Äh. Manchmal cancelt er uns von einigen Leuten. Von einigen aber auch nicht. Ich verstehe gar nicht nach welchem Schema, die das machen. Jetzt haben die echt nach Punkt gecapt. Fuck. Wir haben hier auf jeden Fall deutlich weniger Zeit als wir. Ey, Orisa, du weißt, dass ich da einfach ausfalten kann, ne? Nein, das so erlebst du. Oh, komm, trötet es, trötet es. Dann halt nicht. Schade. Der hat einen schweren Topf bekommen. Den konnte ich auch leider... What the fuck? Den konnte ich auch leider nicht erfüllen. Oh, komm, du kriegst viel zu viel Schaden. Ja, der zweite Tank macht es gerade ein bisschen irgendwie. Es ist, es ist, es ist du. So. Oh. Okay, Rico, you have so fucking insane Cleanses all the time. Auch da, sich hinzustellen und zu schreiben, schwierig. Muss man nicht machen. Ausgelob auf den Hock. Ja, guck mal. Wo ist die... Der Kree ist da hinten. Das Ding ist von, vom Spawn gefühlt, bis zu mir nach da hinten geflogen. Was, was ist denn mit dieser scheiß Nate von ihm? Die ist so overpower. Ne, Morda, machen wir hier nicht. Oh, schöne Ball, Ult. Aber ich hab das Gefühl, ich krieg mehr Soja nicht lebend hier raus. Oh, doch, krieg ich. Die Kiriko kennt es wieder. Die Ehrenfrau. Oh mein, oh, ah. Die Ehrenfrau. Oh, die Genji, Ult. Schmeiß mal Heil-Op rein. Dann kann er vielleicht ein bisschen davon profitieren, während er Leute aufspitzt. So, zumindestens die Hoffnung. Halbe Minute noch. Äh, Morda, nein. Morda. Ich mach mich die ganze Zeit so beschissene Stemmetjobs. Das regt mich echt auf. Oh, trip Genji. Ja, die werden es noch holen. Die werden den Kunden noch holen. Das war gut von denen jetzt. Oh, ein bisschen stupid, dass der Genji einfach still rumstand. Ich vermute, er hat gerade was geschrieben. Ich hoffe, der Boy kann da noch irgendwie ein bisschen kommen. Keiner. Jetzt nicht gecancelt werden. Wäre irgendwie eine gute Sache so. Oh, die kriege ich beide mit Damage ab. Ja, einen hab ich, einen hab ich. Der andere ist an Ball auch eh gestorben. Wundervoll. Und wir machen ein, hallo? Ein Herz. Für die Mates. Ey, ja, mein, mein Hamster war echt strong. Der ist einmal gestorben. Das war jetzt das Highlight? Weiß ich nicht. Das war schon wieder gar nicht so gut. Warum denn, Bruder? Ich report. Äh, communication. Text chat. Grace Wissen. Ich hab keine Ahnung, was so geschrieben wird. Ist mir egal. Gut, äh. Ja. Heilung hab ich jetzt auch mal auf Level 4. Den Damage einfach auf Level 5. Nein, nein. Ich bin keine Damage Meurer. Passt schon. Passt schon. Passt schon.